es wird jetzt das letzte video für das wochenende sein auch der letzte stream weil ich fahre in urlaub übers wochenende mal schauen auf jeden fall dass ihr mal mit fortnite spielen wollt schreibt euren namen in die kommis ich add euch oder ihr fragt nach meinem namen dann edit ihr mich so und jetzt gucken wir erstmal wo wir abspringen drei oder zwei kills müssen minimum sein sonst raste ich aus leute so schlecht bin ich eigentlich auch nicht ich bin zwar nur aber ich mache ein paar kills ich mache ein paar andere noobs down das ist easy so gehen denn dass die die bot würde ich auf jeden fall nicht till the towers geht klar würde ich auch rein springen aber habe ich gerade keinen bock wir gehen anarche eckress da gibt es auch ein paar noobs der immer abspringen und da kann man ein bisschen zu nennen leute da springen nämlich nicht die absoluten pro player ab die springen eigentlich nur solche kleinen noobs ab die gerade angefangen haben können wir ein bisschen snacken easy so springt mit mir jemand ab ja da oben kommt noch jemand da ist jemand oder es ist ein loot drop ne das ist jemand safe ist das jemand ja gut aber der fliegt weiter hinter okay ich werde dieses große gebäude bevorzugen die scheune gefällt mir besser hier sind immer kisten versteckt kommt mit mir irgendjemand mit eigentlich nicht und okay wir sind online alone alone ja gut munition ich brauche meine waffe eine kiste scherz habe ich doch gesagt dass ich selbst versteckt sind die sie schon schildtrank schildtränke sind gut trinken erstmal hat sich jemand bewegt oder zwar ich selbst selber war keiner hier praktisch keiner rein wenn ich hier bin hat so wenig spaß ich bin ja total aber wir schaffen das für die erste runde fortnight was ein scheiß also eine schrotflinte auf jeden fall können wir gerne mal mitnehmen zwar scheiße dass wir bisher nur die grauen haben jetzt ja muni auch gerne mit muni geht immer klar muni ist egal was hauptsache muni muni ist muni ja wir könnten vielleicht auch ein rocket launcher gut gebrauchen mit rocket launcher weil ich absolut zum pro da mache ich so viele kills leute da würde ich die ganze runde leer holen so easy was haben wir hier eine pistol können wir mitnehmen wenn es mal eine waffe mit farbe in seltenheitsgrad höher da ist ein chest natürlich oh ja sniper geil hier irgendwas hier liegt nix doch hier liegt munition und eine granate die können wir gleich mal so austauschen hier liegt auch nix da liegt bisschen holz kann man mitnehmen holz ist immer gut bisschen bauen und hier liegt noch oh ja geil eine epic pistol schon mal besser als ja nehme ich die mit nämlich nicht mit habe ich keinen bock die anderen waffen sind auch gut obwohl sie jetzt nur so den kronen standard haben aber die entlar dahinter lag auch noch was er lag nicht habe ich mich getäuscht ok der verbände kann man mitnehmen habe ich eben nicht bisher noch nichts anderes habe direkt doch hier liegt nix drin sind los aber hier liegt manchmal was runter gucken wir mal ein ja auch nicht was ein pechern wird solange aber was geil ist oder so ein top mit dem rocket launcher so ist abgebaut bisschen holz ja heute haben eigentlich genug schilddrang brauchen wir nicht haben wir schon das haus haben wir auch noch nicht da können wir auch noch mal reingucken müssen wir ein bisschen aufpassen auf die umgebung auch dass hier nichts verändert falls jemand baut können wir einfach schnell schneiden hier ist eine fest die ich höre ich schon was das denn warum liegen hier überall diese dreckswaffen rum ne pump endlich ne ordentliche der habe ich auf jeden fall vorteile oh ja die schätze ist hier die sie der zone kommt gleich wir müssen dann wieder in die zone rennen volute ich hier aber noch alles den schlurfsack kann man mal schnell trinken herrsinn muss denn jetzt zu trinken ich habe eh keine hp verloren aber bevor ich den liegen lasse so gehen wir noch mal oben hin hier liegt auch noch nicht fest wie sie liegt noch was reisen muni natürlich am ende kann man ja 15 mitschleppen gute sache liegt nichts mehr was ich brauche gehen wir einfach raus dann gehen wir erstmal wieder in die zone rein ja es ist munition kann liegen bleiben brauche ich jetzt nicht ist nicht so wichtig so was haben wir hier ist hier noch irgendwo eine fest natürlich wäre das neu ich will einfach nicht vorne rein gehen geht klar bisschen munition kann immer dabei sein ja die sind aber wahrscheinlich schon eh weg da können wir nichts mehr machen ja wir gehen einfach weiter da wird wahrscheinlich eh keiner mehr sein die sind ja schon weg alle die wollen ja auch alle in die zone kommen also von daher ja bist ja noch kein gegner das ist so lame aber die pümpelgranate ist geil sind noch 24 am leben ich will winsten ike die runde schaffen am ende bleiben nämlich immer die pro player wirklich und ich habe bisher noch kein kill gemacht weil ich keinen gefunden habe das ist so scheiße sonst finde ich am anfang immer jemand ja gut bis jetzt kann man sich einstecken die sie noch irgendwas rum ja ein bisschen muni hat liegt aber auch keine schäferung tilt der towers ist das noch in der zone hier ist es nicht schon raus von der seite man aber auch viele kommen viele noch easy going oder ok alles klar ok ich will mich pushen und schießt du nicht easy headshot leute headshot alles ob alles ob leck mich doch im stück leck mich leck mich doch einfach das ist so unfair leute was soll ich denn sagen das ist zu mies solche runden sind einfach mies du wirst angegriffen schießt den ersten ab der hatte sogar eine halbautomatische die hätte ich so gern gehabt die war so geil halbautomatische ist einfach geil dann kommt von hinten jemand und knallt dich ab so richtige boah so richtig scheiße ich könnte ausrasten wenn ich solche typen sehe sie sind einfach nur schlecht ja gut dann machst du mit dem ersten fortnite video leute haut rein hat noch einen schönen tag und tschau dann kommt die